Der spirituelle Name Radha-Shakti. Radha-Shakti ist ein spirituelle Name für Aspirantinnen mit Krishna-Mantra. Shakti heißt Kraft. Radha-Shakti ist die Kraft der Radha, die Energie der Radha. Die Energie der Radha ist die Liebe. Radha heißt auch Strahlen, Leuchten, heißt auch Erfolg und Wohlstand. Du könntest auch sagen, die Kraft der Liebe und die Kraft des Lichtes, die Kraft der Freude. Wenn du Radha-Shakti heißt, dann soll das heißen, du willst die Kraft von Radha und damit die Kraft der Liebe durch dich hindurch fließen lassen. Und du weißt, durch die Kraft der Liebe wirst du auch Strahlen und Leuchten und du wirst erfolgreich sein auf dem spirituellen Weg. Werde wie Radha voller Liebe, voller Freude, voller Hingabe zu Gott, indem du so wirst wie Radha, werden alle Kräfte durch dich hindurch fließen. Du wirst leuchten, die Erleuchtung erlangen und auch anderen helfen können, anderen dienen können, Gutes für andere bewirken können. Vielen Dank.